Hm. Lass allerdings nur einer da rücken. Ja. Huch. Ja, das sind die Leiter. Ah, das sollte man was essen. Okay, Spinat wächst hier auch, nur der ist einfach noch nicht so wild. Passiert. Toll, jetzt rennen die Schafe und die Kühe hinter mir, weil ich das Getreide in der Hand habe. Gibt uns was ab. Ja, später. Hallo, ich bin's, dein Tamagotchi. Fütter mich. Hatte ich nie sowas. Nicht? Nee. Pfui, ich schäm dich aber Spaß. Mach ich, mach ich. Ich schäm mich, wenn ich Zeit habe, okay? Okay. So, ich hab Zeit. So, dann machen wir das nämlich so und dann sieht das hoffentlich noch ein bisschen besser aus und ich hab hier mehr Platz zum Agieren. Ja, das könnte gut aussehen. Könnte. Kann. Muss nicht, aber könnte. So, lass mal runter hier, bitte. Dankeschön. So, jetzt hab ich dann gleich die Villager wieder komplett ausgeräubert. Sehr gut, so gehört sich das. Ja, wenn die selber so doof sind und hier nicht ihre Sachen abernten. Richtig. Ist das meins? Alles. Meins? Meins? Alles meins. Alles. Ja okay, das sieht nicht wirklich aus da oben. Das muss ich nochmal ändern. Wow, Smetel. Haben wir wieder die ganze Nacht durchgearbeitet? Uiuiui. Sieht so aus. Ich kann dir sagen, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, obwohl das sieht allgemein nicht aus. Das mach ich doch mal weg hier. Boop. So. Korpel näher, Korpel näher, Korpel näher. Wo holen wir dich? Hier. Block des Zimmermanns. Achso. Jetzt muss ich dich da auch wieder. Boop. Boop. So. Boop. 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 Ja, ja. Ja, gefällt dir Jumper? Mir auch. Jumper hatte gerade gewirrt. Nein! Ich gucke mir gerade so kritisch meine Ausnahme. Und er so, und er ist so, gefällt ihm. Mindestens einem. Ja, ja, Jumper, hast recht. Sie soll den Mund halten. Von wegen nur einen. Ja, man ist ja immer sehr kritisch mit dem Haus. Das ist zwar geil, aber irgendwie, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt wirklich. So. Muuu. Ich meine, du bist ja schon richtig groß, war da am Aufbauen. Und ich habe hier nur mein, mein, ja, mein kleines Bauhäuschen hier von meiner Mine. Ja, ne, das sieht aber... Dein Schmiedehäuschen. Ja, ne, das sieht aber auch wirklich richtig schick aus. Hallo, dein Schmiedehäuschen. Das ist nur so ein Übergangshäuschen. Okay. Trotzdem sieht das schick aus. Auch wenn es nur so ein Übergangshäuschen ist. Ey, mir gefällt das Haus, ey. Das sieht echt top aus. Und oben werde ich so eine Terrasse machen, habe ich mir vorgestellt. Eigentlich hatte ich überlegt, na, mache ich mal einen Balkon oder so. Und dann habe ich gedacht, nee, das sieht scheiße aus. Das passt nicht zu dem Stil des Hauses. Und dann mache ich lieber eine Terrasse, eine schicke. Irgendwie so. Gross best in Sandy. Du weißt direkt Bescheid. Ja, 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 genau. Gross best in Sandy. Okay. Yeah, why not. Kann ich aber nicht in Sandy setzen. Nee, nee, muss ja auch nicht. Es ist wahrscheinlich zu wenig, Sandy. Ich brauche nur in Sandy. Ja, ich brauche auch Sand. Also ich brauche wirklich richtig dringend Sand. Und ich werde jetzt mal auch einen Scheiß entleeren. Und dann mal auf Sandjagd gehen. Weil, wie gesagt, ich brauche Sand. Das hier weg. 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 Das, das. Nein, Brot nicht. Das hier weg. Äh, ist weg. Schleimbälle, yeah. Das ist echt mal ein großer Schleimbaum. Aha. Moment. Warte mal, hat mich nicht noch genügend... ...und... ...holz. ...holz. Äh. Reichen, Ritzbratter? Habe ich doch genug genügend. Das müsste doch reichen. Ups. So. Los kann man mit hier... ...hup, hup, 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 hup. Ah. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nein, es reicht natürlich nicht. Muaah. Ja, und meine Sense macht es nicht mehr lang. Na toll. Ist ja Ärgerwitsch. Aber immerhin eine. So, hier reicht es ja wieder, wenn ich den... ...stamm wegmache. Mach mal, mach mal weg da. Weil die Bäumchen wachsen dann von alleine wieder nach. Das ist auch immer sehr, sehr praktisch. Ja. Das hier wächst auch alles schön fleißig. ...vor sich hin. Ich bin begeistert. Pack mich mal. Falsche Küste. Das ist die Küste mit den Setzlingen. kicked. Ja, du bistㅎㅎein. So ist das zu tun, wenn ich jetzt alles brauche. Nur da hat mich alleine weitergefasst das. Mach mal alles. So, aber ich secere einmal broke. Aber es war so. ist gelegentlich gar nicht mal so eine bürde idee ja dann hole ich mir erstmal eisen hallo lass mich durch beim arzt also für eine schaufel nehme ich stein das reicht dreimal und ich nehm kopfer weil kopfer hält sich auch ziemlich lange ja ja kopfer ist ideal finde ich habe ich mir nämlich mal überlegt gehabt weil eisen ich hab doch noch kopfer so der stein ist durchgebrannt jetzt packe ich aber erst mal den scheiß hin und her so dann machen wir die tür auf und lasst mich raus dann ja mal gucken wo wir wo wir sand her bekommen aber ich glaube dahinten muss das anzeigen habe ich zumindest gibt es in der gesamten umgebung und jetzt ist es abgebaut genau aber hier habe ich total jetzt habe ich meinen blauen kristall den kann ich auch da oben und so sehr schön sehr schön sehr schön naja obwohl so für sonst das ist doch nicht wie ich erhofft hatte aber wenn etwas wert hau mal ab da weil sonst schlange halt zum maul ich glaube der schlange gefällt es nicht dass ich hier den sand abbau ja dann macht die schlange tot und hofft dass der eier droppt ja ja und Was sind die Schaschläge? Ja, Schlangei. Sehr schön. Oh, sogar zwei, wie ich sehe. Noch besser. Was ist denn jetzt kaputt? Nix, ich bin bloß gerade gegen den Strom geschwommen. Kann man ja mal machen. Ja. Naja, beim Sand abbauen halt. Ja, kenne ich. Das ist Spinat. Spinat war auch hier. Ich werde definitiv auch noch mal zu dir kommen und dann mal wieder deine Schmiede benutzen müssen. Ja. Deine Schmelze meinte ich natürlich. Mit Schmiede und Schmelze habe ich es irgendwie nicht so. Achso, das ist tongräunig. Ja, es wäre schön, wenn ich mal einen Haufen Gold finden würde. Dann könnte ich die restlichen Schablonen vollgießen. Na. Wie viel brauchst du denn noch? Weil ich habe ja noch ein paar Bahnen. Glaube ich. 30? Ne, so viele habe ich leider nicht. Ja. Deswegen. Oh, ich glaube, das wird auch wieder nicht reichen. Ne, dafür brauche ich auch schon. Alter, was ist das denn hier? Nee, da kann ich gleich noch mal nachgießen gehen. Ja. Ja, danke für...